So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig, ich war mal wieder in Rewe einkaufen. Dann gibt es ja die brandneue und aktuelle Rewe-Aktion. Ich einfach unverbesserlich sammle Karten oder Booster in dem Fall. Aber ich muss mal was sagen, die sind richtig kniepig. Bei 28,75 Euro. Ein Tütchen nur gekriegt. Und naja, vielleicht ist da im Moment so ein Hype drauf, dass die da drauf aufpassen müssen. Also habe ich hier nur 5 Booster der brandneuen Serie. Ich einfach unverbesserlich 3. Und welche Karten ich jetzt hier drinne finde, das schauen wir uns natürlich mal an. Und wie immer zählt alles, was an allen meinen Videos zählt. Der Punkt. Kommentiert mir, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Ob ihr sie selber sammelt. Und wie viel euch noch fehlen. Oder ihr schon habt. Ganz egal was. Hier könnt ihr und hier sollt ihr. Alles posten und kommentieren. Ah. Punkt. Ja, der sieht richtig grimmig aus. Muss man ja echt sagen. Habe ich auch, glaube ich, noch nicht. Den Tick-Tack. Wie ich sie immer nenne. Punkt. Immer wichtig. Für die Wobblins. Oh, den habe ich aber auch noch nicht. Ist auch eine blöde Farbe. Die kommt wohl nicht so richtig rüber über das Video. Aber wer sie natürlich schon hat, weiß, was passiert. Piertes Booster-Tütchen. Wichtiger Punkt. Und die Nummer 3. Den habe ich aber schon. Gitarrenman. Und leider schon das letzte Booster. Ich einfach unverbesserlich 3 von Rewe. Aber ihr wisst ja. Die solchen war sehr viele, sehr schnell. Was heißt viele weniger. Aber sehr schnell neue Booster-Tütchen. Um euch natürlich zu präsentieren, welche ich finde. Wie das Design aussieht. Und wie sie wackeln auf das Bild. Also jetzt drehen wir sie mal alle um. Dass ich die Nummer habe. Die tiefste Nummer ist die Nummer 3. Habe ich leider schon. Danach kommt die Nummer 1. Habe ich noch nicht. Passt also sehr gut. Die nächste tiefe Nummer ist die Nummer 10. Habe ich auch noch nicht. Dann die Nummer 11. Auch noch nicht. Und die Nummer 16. Weiter aufklappen. Habe ich auch noch nicht. Also von 5 Tüten. Eine doppelte bloß. Das ist natürlich wieder richtig cool. Dass ich nicht so viele doppelte habe. Und jetzt natürlich das Wichtigste. Die Aufkleber. Wie ihr wisst. Ich quäle mich erst gar nicht. Einen UU-Printstift. Drauf machen. Einen draufkleben. Und ein blaues Wobbling-Tütchen holen. Also das war es mal wieder. Von der brandneuen aktuellen Rewe-Aktion. Ich einfach unverbesserlich. Drei. Booster-Karten. Ich hoffe ich konnte euch ein paar zeigen. Die ihr vielleicht noch nicht hattet. Und deswegen. Bis in den nächsten Tagen. Bis ich wieder bei Rewe war. Sage ich. Wie immer. Bis demnächst. Guckt hin. Und schaut zu.